Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, seit vielen Jahren haben wir Landfrauen mehr Alltagskompetenzen in den Schulen gefordert. Nun ist es soweit. Ab kommenden Schuljahr sollen an allen Schulen Projektwochen Schule fürs Leben umgesetzt werden. Die Landwirtschaft und die Hauswirtschaft spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie greifen zentrale Fragen unseres Alltags auf. Wo kommen unsere Lebensmittel her? Worauf muss ich beim Einkauf achten? Wie kann ich mit heimischen Produkten gesund und lecker kochen? Wer kann diese Fragen besser beantworten als wir, die Bauernfamilien? Die Projektwochen Schule fürs Leben sind eine tolle Chance. Deshalb meine dringende Bitte, öffnen wir unsere Höfe und zeigen wir Schulklassen, die arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, wie wir Lebensmittel und grüne Energie erzeugen, wie wir unsere heimische Kulturlandschaft pflegen und welchen Beitrag die Wälder zum Klimaschutz leisten können. Gehen wir als Land- und hauswirtschaftliche Fachexperten in die Schulen und klären auf, warum Biodiversität und Landwirtschaft zusammengehören. Machen Sie mit! Damit wir möglichst viele Schulklassen erreichen, kommt es auf jede und jeden an. Und ich verspreche Ihnen, wir lassen Sie nicht alleine. Ab Juni haben, bieten wir Schulungen für Interessierte an. Melden Sie sich bitte bei Ihrer Geschäftsstelle vor Ort an. Dort erhalten Sie alle weitere Informationen.